Moin Leute! Willkommen zurück zu Roblox oder gehen an Spuktober mit dem Tor der GodXD. Wo sind sie? Kommen sie mal zurück bitte, ich bin hier in der Galerie mit tausenden Leuten. Junge Junge Junge, das ging ja gut. Junge, danke. Jetzt musst du dich verlassen, weil du gesagt hast, du wirst mich einladen. Okay, ich bin drinnen, hier steht wieder irgendwas mit bla bla bla. So, ich bin der hier, ich spring hier in der Mitte, ich spring hier. Es lag, es ist gefriest. Ich bin drinnen. You spin my EYYY. Ob das dieses mal funktioniert? Geil. Ähm, hab ich irgendwie so ein Verfallsitem? Ja, wir werden sterben. Ich hab einen Bleistift gefunden. Ey, ey, ich hab einen Bleistift gefunden, hallo? Brauchst du für deinen Test? Okay, ich nehm auch einmal mit, ne? Ja, warum? Wie das aussieht, Alter, wie das aussieht? Warum seh ich aus wie bei Minecraft? Okay, die Schränke waren ja zu verstecken. Ja. Ich bin kurz weg. Ich muss hier kurz jemand... Man, eben klar, ich mein, Fräse. Ja, aber mach die einfach hier bis jetzt. Obwohl, jetzt gehts ja noch nicht los, ne? Ja, ja. Geh, dann bin ich gleich später da. Bleib mal da kurz stehen, okay? Oh, je würde es jetzt ohne Töter nichtmış sein. Ja, ja, ja! Es ist ja alleine. Es ist ja alleine. Es ist ja alleine und ich bin glücklich. Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Warte mal kurz, meine Socke erheben. Ich bin... So, okay, bereit. Warum ist meine Kamera so empfindlich? Kann man die hier irgendwo noch umstellen? Äh, kannst du auf Einstellung gehen. Kannst du auch... ...Kammer... Nein, ich kann das nicht. Kommen wir weiter? Ist egal. Gehen wir mal weiter. Oh, guck mal hier, Gold. Ach so, guck mal. Ach so, guck mal. Ja, mal alles mit mir ist. Äh, wenn du irgendwo... ...flaggernst, wo ein Raum ist, dann direkt in den Schrank, weil da kommt ein Monster, was sich tötet. Wenn du in den Schrank gehen, dass es weg ist, dann wird einem den ganzen Raum dunkel. Warte mal, hier ist auch noch was. Hing dran. Äh, übrigens dann mal, wenn du das flaggernst, äh, hier ist doch... ...flagg, äh, fake-flagg, äh, dann den, ja. Dann heißt es Phasmophobia kommt und will uns ficken. Ja, aber ja, 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 ja. Und was ist mit der Tür passiert? Jetzt guck dir das mal an. Tore? Hast du zu... zu doll geforzt? Ja, 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 ja. Junge, wie doll hast du gegen die Tür geforzt? Kannst du das mir mal sagen? Ja. Äh, warte. Was ist jetzt? Hier ist ne Zimmertür mit n, mit ter Zahl drauf und da nich. Wenn du dagegen läufst und z Pf estrlich und mach dicht und dann is jetzt. Stell mich schon mal zur Sicherheit zum Schrank, ne? Ja, ne, ne, das ist nur eine Flaggernstube. Es ist nicht eine Flaggernstube. Weil das noch und dann des sag ich, das einzig guter im Schrankverhältnis ist. Ich hab grad dir ein paar Münzen geklaut, ne? Was machst du jetzt? wie nehme ich eigentlich meine items raus ich kann meinen pc dran schießen ich kann mein handy dran schließen oder ich habe einfach gar nichts ich bin direkt hinter dir doch so leichtes aber ist nicht echt es lagert nur zweimal und dann hört es wieder auf die tür hat sich gerade automatisch geöffnet ich habe mich nicht erschreckt ich habe mich gerade nicht erschreckt weil ich das nicht weil ich gerade was komplett anderes dachte so wenn ich erst mal die regale öffnen wollen achtung nein ich habe mir ein bild angeguckt ok es war was ich bin tot es war ganz schön laut nein achte auf merkmale die wusch wusch bei der ankunft zeigt da war noch ein schrank willst mich verarschen ah jetzt gerne zu gucken ja ich kann nicht wiederbeleben aber bis dahin noch ein bisschen ja vielleicht bei der gegenseitig habe ich mir zu Tür 15 erreicht also gestorben an wusch 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 und du kannst mich wiederbeleben dann geht doch zu einer fake Tür ich sehe nichts ja dann geh einfach lang scheiß drauf geh einfach durch und mach einfach keine ahnung hier sind schon zwölf oh ich bin rausgegangen ich bin rausgegangen ups ups ja sorry jetzt passiert mir auch mal hier bin ich hallo ich sehe dich hier ich bin ja hier ich bringe da ist ruckelt wo bist du hey ok Rainer ups dieses eine Auge noch von mir und ein halbes Bein einfach halbiert du wurdest halbiert du wurdest durchgeschlitzt ja du wurdest gerade durchgeschlitzt ok du wuschst der Items sagen wir also wir müssen das ein Frosch das erklärt also wenn er kommt muss der werden der macht den Sinn tut das ist das ist das ist schockt und dann machen wir die Tür offen ich habe gar nichts womit ich was machen kann ne ich habe nichts ich habe nichts ich habe keine Items ich habe gar nichts ne ich habe auch nichts auch nichts das ist ja du wurdest du wurdest du musst dich durchschauen mit dem was du findest die Tür 2 ich beginne auch immer zusammen weil wenn einer den Mosch egal wie du das gemacht hast äh dann dann weiß der andere das nicht und steht da wir sollen glaube ich ein Fake-Lagger hoffentlich ja weil es war nur ein Schrank das heißt könnte sich nur eine retten das war und hier ist hier sind mehrere Schenker aber es war kein Schrank und zwar ein bisschen wie spielt jemand mit dem Klavier rum warte mal ok die runde ist weg warte mal warte mal ich habe vorher ein Zeug gegeben ok äh nicht verschlossen nicht hier nicht verschlossen nicht nicht verschlossen nicht verschlossen ok ok es ist ein schöner Boden Ich hab den 4 aufgemacht, aber alle noch nicht hier unten, ich bin auch schockt. Ich hab den 4 aufgemacht, aber alle noch nicht hier unten. Ich hab den 4 aufgemacht, aber alle noch nicht hier unten. Autschi! Warte mal, nein, 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 da ist das Regal. Warte mal, hey, ich will jetzt schon, ey, wir müssen damit kommen uns später, aber es kommt, und las' ich grad drehen. Und wie, schwejam, 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 schwejam. und wachen bis der kommt, dann ist er nicht so gut und aus aus Berlin Welche Tür ist es? Tür 14 also Tür 14 jetzt schon so duster Äh warte, warte aber schon Tür 15 ist es ein Boss rum ähm, dann kommt gleich ein Monster, wenn wir weiter gehen und muss von dem Weg laufen und das immer so eine blaue Partike, wo du längst laufen musst Ah, also darf ich erstmal gucken wie man rennt? Ne, ja, das macht es automatisch Ähm, also du musst eigentlich nur steuern, wo du längst willst, aber Ich darf dir einfach hinterher, ne, du laufst vor Ja, du laufst vor Und? Im letzten Raum musst du dich vor Händen und vor Corona und Händen achten, wenn die auch viel drauf rein Ich weiß, dass du das überleben wirst, aber Was? Was hat das jetzt? Okay, okay Okay, dann war Mainz Es ist doch noch 10, wir gehen weiter Ich hab mir was gesagt Äh, wir müssen das Tor aufmachen Wir müssen keller gehen Ja, also normalerweise passiert das, aber Da haben wir da auch Hier ist ein Schreiter Also, ein Schreiter Und wir können auch, bei hier gibt es noch 7 Hier gibt es immer nur einen Schreiter, der ist entweder da oder ganz hinten Und der muss halt auch Aber jetzt können wir mal weiter gehen Weil wir haben direkt gefolgt Wart doch mal auf mich Ja, ich, 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 ich stehe hier Äh, 17 Äh, wer noch mal so lange ein Raum komplett ist, aber das muss auf jeden Fall Hier ist nur ein Schrank Ja, 18 18 ist wieder ein normaler Und das ist auch wieder Und das ist auch wieder Wir sind zwei 18, also muss es die nächste 19 sein Was ist das hier? Das ist 19 und das ist 20 Also ist die hier richtig Äh, 18 noch mal so Nein, können wir leider nicht Hier sind wieder dutzende Schränke Aber kann nicht eingehen kann Könnte feuerangebier sein Aber hier sind keine Schränke Wart mal hier unten ist noch ne Zahl Wart mal 21 waren wir, ne? Äh, das war... Das war 21, unten Ja, und die hat auch kein Schild, also Ok, das war ein Flager, das war ein Flager Das hast du glaube ich gesehen, ne? Und, auch nicht zu full was gehen, sondern jetzt Soll es dann geh dich ab Soll es dann geh dich ab Ja, ok, aber... Hier ist es wieder Hm, ok, der wird jetzt wieder Asse hier Durchgehen und nach uns Ja, das war ein Fake-Flaggon Ja, hier sind aber wieder viele Schränke Wart mal Oh, ne, das ist richtiges Flaggern, Alter Hier mach eins Hier mach eins Nee, war Fake Ja, aber hehehe Danke auch nicht Nein, danke Junge, ich hab keine Pizza bestellt Was ist? Was ist das? Was ist das? Ich seh gar nichts Ich ne, ich laufe In die falsche Richtung sogar In die falsche Richtung sogar Weiß nicht in welche Richtung In welche Richtung In welche Richtung Wen du Halt nennst Okay, Leute Das war's mit der Folge Spucktoba Wir wurden gekillt Wenn ihr davon Let's Blazing wollt Dann immer ein Like da lassen, oder? Ja Bis zum nächsten Mal haut rein Und tschüss